jo leute willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute spielen wir wieder geoguessert letztes mal haben wir landmarks abgeschlossen 25.000 punkte muss 15.000 erreichen und heute widmen wir uns mal den capitals ich bin gespannt wie gut ich da performen kann und ich würde sagen wir warten gar nicht und legen direkt los hier und eins bin ich ehrlich weiß ich jetzt erst mal nicht gut es könnte hier steht irgendwas united states ich schätze mal ist dann ein guter alter freund ist moschenken aber wo hier ist am hens ja alles gut ja aber ich weiß ja nicht wo ich hier bin ich bin ja auf irgendeiner straße muss man in irgendeine richtung gehen bis ich irgendwas bekanntes sehe ein park indien ja aber für jetzt eine straße zu suchen habe ich jetzt auch keinen bock zu wo ist denn das hier wo ist denn hier irgendwas was man kennt ich bin wahrscheinlich genau in die falsche richtung gerannt also irgendwo muss doch hier wo ist das wo ist das wenn ich das finde dann muss ich nur wissen wie ich da hingekommen bin ich dachte wie kurz hier wäre es weiß es nicht so wo haben wir den denn das ist noch kleiner ich weiß nicht wo es ist oh warte mal hier das ist noch ein institut hier bin ich in der nähe hier ist das national museum warte mal ja warum habe ich jetzt die straßenseite gewechselt was ist denn für eine figur immer noch sniffen weil es ist es nicht die heißen alle so was soll das denn die heißen alle so was soll das denn ich weiß nicht wo ich gespawnt bin ich gehe vielleicht nochmal zum start gehe durch diesen was ist denn hier los gehe durch diesen tunnel das haben wir hier nix doch ist das nicht das weiße Haus ne 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 weiß nicht was ist das was ist denn das was ist denn das wie das aussieht das ist das oder ne hier ist aber kein See doch da ist ein See dies monument ne ist doch kein See die andere Seite die andere Seite ich will hier raus oh mein Gott Angst ich komme nicht mehr raus ich muss zurück zum Anfang also ich bin hier losgegangen Straße weiter runter aus hier dann sehe ich es schon und ich muss auch nur eine links aber das passt nicht hier ist kein Park ist einfach hier keine Ahnung und wo bin ich warte mal wo bin ich denn dann runter bin ich hier runter ich bin hier runter ne aber da war kein See wo ist dieses komische Ding wo ist dieses komische Ding na egal wir haben es auf jeden Fall next round hat nur ein bisschen lange gedauert ne irgendwie schnell finden wir heraus welches Land das ist die Scooter stehen da oben Frieda Romes hat sich irgendwie so nordeuropäisch an oder was mache ich jetzt auf dem Fahrradweg ich wollte wieder hoch auf die Straße den genne ich zum Beispiel gar nicht muss man den gennen lost das ist überall sieht immer noch nordeuropäisch aus Spotify das kommt aber aus Schweden oder? kommt das nächste ist PewDiePie kann ich bitte wieder auf die Straße danke ich glaube ich sollte mal wieder zurück zum Start und mal in die Richtung hier ups Ikea was doch sind wir in Stockholm aber wo 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 in Stockholm ist die Frage wo in der anderen Richtung war Wasser ne das war eigentlich ganz schlau da da ist irgendeine Kirsche also dann fahr doch jetzt mal hier wieso ich komme hier nicht voran ne geht nicht was haben wir hier hier haben wir einen großen Fluss woher ist könnte das warte mal bin ich hier nicht gespawnt hm was ist das warte mal kann ich hier mal weiter raus danke hier ist auf jeden Fall keine Insel neben ich denke ist das hier ne also hier ist es nicht vielleicht vielleicht über ich kann doch nicht über die Brücke ich kann nur noch hier ok Brücke einsturz gefährdet oder was die Brücke füllt die ganze Zeit schon über das Wasser entlang ich will da hoch ich will nicht wieder hier unten fahren ne ich geh wieder zurück hier können wir ja auch mal über die Brücke probieren ne das geht auch nicht hier war ich doch eben auch schon hier hier Kanal boah das ist echt nicht so leicht oh vielleicht bin ich auch auf dieser Seite irgendwie ist ja so eine Kirche aber ich weiß ja überhaupt nicht wie die Kirche auf auf Dings heißt Mist ich sag ich bin hier oh war hier ich war auf einer Insel Mist egal wir gehen in Runde 3 ok boah also ich hab echt keine Ahnung ach es war ja einfacher hier war schon mal die Stadt ich hab euch auch keine Tipps hier ich frage jetzt wo gehe ich lang oh bin ich immer weit gesprungen er sieht so dunkel aus ich gehe hier hin er sieht schön hell aus da ist irgendein Turm aber es hilft mir jetzt auch nicht weiter ach danke für die Flagge ach hier geht es nicht weiter ähm das ist ja unnett ich bin hier in der Stadt und guck ich hier ist so ein Bär ich guck mal das könnte heißen ich bin gerade direkt an diesen Bär ich war gut aber das sieht noch Bärig aus ich würd sagen ich bin also ich return nochmal zum Dings hier OTP Bank auch noch hier oh hier ist ein Tunnel das ist wichtig und richtig aber gut den sieht man ja hier auch nicht drauf fällt mir gerade auf oh hier fühle ich mich wieder wie in den USA da unten mit ja Angst hey das ist wirklich so sieht genau so aus und ich komme ja auch nicht raus hier doch und wo hier ist irgendwas eine Mauer und hier ist eine große Baustelle woran erkenne ich denn ein Tunnel hier auf der Karte und was ist denn da drüber eigentlich eine Stadt na erkenne ich gar nicht ne Problem oh warte mal hier vorne hängen Flaggen das heißt immer hier ist irgendwas wichtiges irgendwas ist hier ist auch so ein Wappen drauf aber muss ich wissen dass es ist mit dem Fluss ist hier Wasser hier ist Wasser hier sind wir am Fluss wenn ich diese Insel finden würde wäre Kronkh Das Problem ist, ich finde ja auch nicht, ich weiß ja nicht, wie ich zurückkomme. Da ist dunkel. Ich sage, ich bin jetzt hier irgendwo und ich war vorher hier im Distrikt 12. Hier bin ich gespawnt und bin dann hier auf ein leichter Weg. Guck mal, hier ist der Tunnel und dann war ich hier. Aber jetzt habe ich gesagt, dass ich hier irgendwo bin. Das war nicht schlecht. Runde 4. Wo sind wir hier? Okay, irgendwie Englisch. Aber es ist leer. Wo habe ich denn eigentlich Englisch gelesen? Das ist irgendwo Englisch. So, Milikos. Vorwahl sagt mir jetzt nichts. Ländergrenze jetzt auch noch nichts. Na, das sagt mir aber was. Kann man auch jetzt nochmal kontrollieren. Ist es Kolumbien? Ja. Ich muss schon sagen, ne? Schön hier ist. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Kommt ihr aus Kolumbien? Nissan. Müsste auch irgendwo vermerkt sein, dass hier Nissan ist. Aber ich bin irgendwo im Industriegebiet. Ich frage jetzt, wo ist das Industriegebiet von Bogota? Das ist, äh, Branche gibt es hier auch. Sauber. Gut, na, jetzt alles. Bin wirklich im Industriegebiet. Jetzt komme ich hier langsam raus gerade. Ne, bin immer noch im Industriegebiet. Immer noch. Ja. Wo ist das Industriegebiet? Flughafen? Nicht, ne? Das wird nur in Deutschland so gemacht. Ähm. Nicht so einfach. Okay. Ich weiß nicht, wo das Industriegebiet ist. Hä? Hier hinten sieht das noch anders aus, oder? Hier ist so ein altes Logo. Wenn ich ein Stück vorgehe, ist ein neues Logo. Und dieses Schild, die Werbetafel ist auch weg. Easy Jumbo. Nee, hier in irgendeinem Wohnblock. Boah, ist das schwer. Ich würde immer sagen, dass das Industriegebiet eigentlich am Rand ist. Aber hier ist nichts. Hier sind Straßen. Hier ist das Gebirge. Hier ist auch wieder nix. Irgendwie hier Schulen oder Unis. Hier ist auch wieder nix. Ich persönlich würde es halt am Rand bauen. Subaru, hier war ich. Zurück zum Anfang. Wenn ich hier weitergehe, dann komme ich zu Subaru, oder? Nissan. Volvo. 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 Porsche. Porsche. Hier ist Subaru. Wo war hier Subaru? Subaru. Hier auf der anderen Seite müsste Porsche sein. Und hier müsste BMW sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das BMW ist. Ach, BMW kommt erst hier. Hier sollte BMW sein. Oh, Marv und Audi kommt da. Aber es ist ja... Subaru. Wo ist Subaru hin? Subaru. Oder bin ich auf der anderen Seite? Subaru. Ich gebe einfach hier bei Subaru ein. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was? Hier gibt es noch einen Subaru, oder was? Ja, hier gibt es noch mal Subaru. Oh Mann. Egal. Wir gehen in die finale Runde. Oh. Wo ist das? Ich würde mal sagen... Ich will nichts Falsches sagen. Tokio? No. Ja, doch. Habe ich was Falsches gesagt, ne? Kommt noch aus. Korea irgendwo. Ich weiß nicht, wer ich es. Ne, wir kommen im Norden oder Süd. Warte jetzt mal einfach. Das ist Südkorea. Das ist Südkorea. Das ist Südkorea. Oh no. Solario Hotel. Also irgendwie... Ist gar nicht so leicht. Woher soll ich denn wissen, wo ich hier bin? Ich brauche hier eigentlich so einen größeren Laden. Die Stadt ist viel zu groß. Irgend so einen Marktplatz. Ich würde gerne... Ich kriege hier Platzangst. Ach, das ist gut. Dass ich jetzt hier einfach auf irgendeine Straße gesprungen bin. Das finde ich gut. Hier sind irgendwelche Gebäude, wo ich nichts entziffern kann. Ah ja, das ist... City Hall. Bin ich ehrlich? Sagt mir auch nichts. Wo soll ich denn wissen, wo die City Hall ist? Oh, hier ist irgendein... Ah ja, kann ich ja nicht lesen. Stimmt ja. Hanwar. Wenn ich Hanwar finde... Aber Hanwar werde ich nicht finden. Ich wollte solchen wissen, wo ich suchen soll. Das ist viel zu groß. Myung Dong. Doch. Myung Dong geht's rechts. Also bin ich hier irgendwo. Wo ist denn jetzt nochmal... Myung Dong war hier oben irgendwo, ne? Wo ist mein Yong hin? Hier ist Myung Dong. Das gibt's mehrfach. Ach, ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich sage... Warte, ich bin ja nicht am Wasser. Ich bin irgendwo mitten in der Stadt. Ja. Die zeigen zehn Schilder, dass es nach Myung Dong nach rechts geht. Myung Dong ist hier... Wo war Myung Dong jetzt schon wieder? Jetzt ist es verloren. Myung Dong war hier irgendwo, ne? Ja, tiefer. Wo ist hin? Myung Dong ist verschwunden von der Weltkarte. Ach komm, ich sag einfach... Und hier... Ne... Hier... Keine Ahnung. Myung Dong ist da oben. Wo geht's gar nicht nach Myung Dong? Wo der Umweg hier wäre viel schneller. Habe ich auch falsch angeklickt. Ach, hier wäre sogar... Ne, das ist was anderes, ne? Ach, hier ist auch Myung Dong. Night Market. Okay. Finish the game. Wir spielen noch nicht die nächste Map. Wir haben Capitals jetzt auch abgeschlossen. Super duper. Äh... Pupa Pupa. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Wenn ihr... Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.